Fangen wir doch mit Ihrem Namen an. 47. Das ist kein Name. Nein, ich heiße trotzdem so. Was genau sind Sie? Ein Auftragskiller. Und auf wen sind Sie angesetzt? Es wäre besser, Sie lassen mich gehen. Wenn ich mich nicht vollkommen irre, sind Sie hier mit mir eingesperrt und Sie haben keine Waffe? Nein, Mr. Sanders. Eingesperrt sind Sie mit mir. Und meine Waffe haben Sie mir gerade gebracht. Ich weiß, das klingt verrückt, aber genau das ist es. Er ist ein menschliches Wesen aus dem Genlabor. Stärker. Schneller. Intelligenter als normale Leute. Sie heißen Agents. Und was hat das alles mit mir zu tun? Dein Vater hat dieses Projekt gestapelt. Er kennt Ihre Schwachstellen. Du bist der Schlüssel, um deinen Vater zu finden. Du bist der Schlüssel, um deinen Vater zu finden. HITMAN AGENT 47 Das ist ein Voodoo Child.